Ach, verflixt! Wann kann ich mir nur endlich diese ganzen Latein-Vokabeln merken? Na, Markus, wie läuft es mit den Vokabeln? Wenn ich doch nur wüsste, wie ich mir langfristig Vokabeln merken kann, ohne sie zu vergessen und wieder neu lernen zu müssen. Ich fürchte, solange ich nicht endlich einen Weg finde, mir langfristig zu merken, dass Tandem im Deutschen endlich heißt, wird das heute nichts mit unserem Fahrradausflug. Ich glaube, da kann ich dir helfen. Mit ein paar nützlichen Lerntipps geht das ganz einfach. Sieh mal zum Beispiel hier. Mein neues Tandem. Endlich habe ich ein Tandem. Nichts für Mut, Claudia, aber ich verstehe das nicht so ganz. Nun überleg doch mal, fällt dir in diesem Satz nichts auf? Endlich habe ich ein Tandem. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eine Eselsbrücke. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.